Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ich habe heute mal wieder ein Set von Moldking für euch mitgebracht. Dabei handelt es sich um die ferngesteuerten und programmierbaren Roboter aus Klemmbaustein. Ich habe bisher den Charme dieser Roboter noch nicht ganz verstanden, aber es muss auf jeden Fall einen großen Markt und eine große Nachfrage danach geben, denn neben Moldking haben sich auch Kada, Xiaomi und viele weitere Hersteller schon daran versucht. Das Alleinstellungsmerkmal dieses Sets für mich ist, dass hier Preis-Leistung scheinbar unschlagbar ist, denn wir haben hier 369 Teile, eine Fernsteuerung per Fernbedienung und wahlweise per App und auch noch LED-Beleuchtung in einem Set, das man im Eigenimport für 20 Euro ohne Verpackung kaufen kann, in Deutschland für um die 25 bis 30 Euro mit der Originalverpackung. Und ich habe hier sogar einen unschlagbaren Deal auf Ebay bekommen, noch mit einem Gutschein von einem Händler. Da habe ich am Ende 16 Euro für das Ganze bezahlt. In Originalverpackung mit allem drum und dran. Deshalb würde ich sagen, ist hier auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns doch auch mal diese ferngesteuerten Roboter anschauen. Und hier habe ich für euch die Set Nummer 15059, den Thunder the Robot. Die Verpackung von Moldking ist mal wieder etwas unglücklich von den Drucken, denn wir haben den Roboter über diesen Schriftzug und so wird ganz schnell aus Baue und Programmiere Roboter, die das tun, was du willst, Baue und Programmiere Roboter, die du willst. Kann man alles ein bisschen schöner lösen von der Gestaltung, ist mir aber auch ehrlich gesagt recht herzlich egal, wenn das Set am Ende abliefert. Die Moldking Verpackungen kennt ihr, denke ich jetzt auch die neuen, die werden immer kleiner, um Frachtkosten zu sparen. Das ist ja auch ökologisch eine sinnvolle Sache und deshalb merkt man schon, das Ding hier ist wirklich brechend voll. Hier hat man keine Luftnummer, das ist schön handlich, hier wird man nicht über den Tisch gezogen. Wir haben hier nochmal die zwei Steuerarten gezeigt und wohin man mit dem Ganzen fahren kann, das schauen wir uns natürlich dann am Set an. Und wir haben nochmal die Maße, am Ende wird das Ganze 19,4 cm breit, 13,2 cm tief und 25,2 cm hoch. Da wir ja aber jetzt anhand der Packung nicht so viel über das Set sagen können, würde ich sagen, ich mache das Ganze jetzt mal auf und wir schauen uns zusammen die Steinetüten und die Anleitung an. Und das Ganze war wie erwartet wirklich brechend voll. Wir haben einmal die Steinetüten, über die Teilenqualität reden wir wie immer, wenn es soweit ist und zwar während des Baus. Dann haben wir eine Anleitung und das Ladekabel für den Powerbrick. Und dieser Powerbrick ist ganz spannend, denn hier ist die Akkubox und der Motor zusammen in einem. Also wird die Hauptfunktion mit der Fernsteuerung dann über diesen Powerbrick hier gehen. Das habe ich in der Art und Weise noch nicht gesehen, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Und die Anleitung ist nochmal in Folie. Die habe ich jetzt schon mal rausgeholt und in der Anleitung findet sich noch die Bedienungsanleitung für den Powerbrick und die technischen Funktionen und ein Stickerbogen. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte die Sticker nicht unbedingt gebraucht. Sie stören mich jetzt hier aber auch nicht tragisch, denn das Set würde ohne Sticker wahrscheinlich genauso gut aussehen. Und die Anleitung ist aus einer guten Papierqualität. Sie ist klammergebunden. Es wird nichts ausgegraut, sondern es wird alles weiterhin in Vollfarbe dargestellt und wo eben die Sachen hinkommen, wird mit roten Pfeilen symbolisiert. Insgesamt wird hierbei auf 101 Bauschritten gebaut und die Anleitung hat 40 Seiten. Hier wird nochmal erklärt, wie man die Sticker aufzukleben hat und eben die Funktion über die Fernbedienung. Hier sieht es auch so aus, als kann man nur die Ketten unten steuern und den Roboter fahren lassen, aber nicht die Arme bewegen. Das Arme bewegen muss man dann wohl mit der Hand machen. Ich habe das durchaus auch schon von anderen Herstellern wie zum Beispiel Kada oder Xiaomi gesehen, dass man dort auch die Arme elektrisch bewegen konnte. Irgendwo muss natürlich der Preisunterschied herkommen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Bau und was mir diese Idee von einem programmierbaren Roboter gibt, ob ich damit Spaß habe oder eben nicht. Und dementsprechend würde ich sagen, ich fange jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns nach dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Und wir sehen uns das erste Mal nach 54 Bauschritten wieder. Wir haben von dem Roboter das ganze Gestell gebaut für die Ketten und damit für die Hauptfunktion des Roboters und ein wenig haben wir oben noch verkleidet. Und ich muss sagen, baumäßig ist das wirklich bisher echt langweilig. Ich habe auf meinem Kanal um die 210 Videos und noch einige mehr Sets in meinem Leben gebaut, egal ob Technik oder Systemsteine. Und das ist bisher wirklich super, super langweilig. Das liegt hier auch in der Natur der Sache, weil man baut eben alles zweimal. Man baut von der Kettenaufnahme das jeweils zweimal. Man baut diese Verkleidungen jeweils zweimal. Und wenn schon dann diese Bauschritte für sich einzeln genommen nicht sonderlich spannend sind, weil es ist halt eine relativ lieblose Technikverkleidung, dann ist es natürlich nicht viel besser, wenn man es noch zweimal baut. Es ist jetzt nicht unbedingt super schlecht oder schlimm, aber bisher doch eher langweilig. Wir haben zwar interessante Teile dabei, wie diese Trans-Blue-Steinchen und dann auch Trans-Orange-Technik-Liftarme. Das ist an und für sich schön, wird dann vielleicht auch noch für eine schöne Optik sorgen. Aber bis jetzt hat das nicht gerade den Riesenspaß gebracht, denn wir haben zwar jetzt schon einiges vom Roboter gebaut, aber das meiste, was wir hier umbaut haben, ist ja nur der Powerbrick. Und das ist das Problem, wenn man die Funktionen, die Motoren nicht selber wirklich reinbaut, sondern es nur mit so einer Basis gelöst ist, dass der Rest dann eben relativ langweilig werden kann. Ich hoffe natürlich, dass ich mit dem Set gleich noch mehr Spaß haben werde, bis es dann fertig ist und dass ich auch mit dem fertigen Ergebnis Spaß habe. Und dementsprechend sehen wir uns dann gleich mit dem fertigen Roboter wieder. Und damit ist der programmierbare Roboter von Mold King auch schon fertig. Ich nehme schon mal vorweg, das Einzige, was mir an diesem Roboter hier gefällt, ist die Optik. Der Rest leider gar nicht. Und selbst bei der Optik ist das leider eingeschränkt, weil viel von der Optik wirken natürlich diese Sticker hier mit diesen Schaltkreisen und dieser Elektrizität, die hier dargestellt wird. Und das sind eben leider alles Sticker. Prints werden dann natürlich nochmal viel cooler. Es ist natürlich schön, dass wir hier diese Trance-Teile haben, aber sonst ist der Roboter wirklich enttäuschend. Ich blende euch jetzt schon mal ein paar Bilder vom Außentest ein. Er fährt dort zwar gut und auch die Kraft, die über die Ketten übertragen wird, ist wirklich ausreichend. Trotzdem ist er eben sehr langsam und das Spiel macht damit jetzt nicht riesig viel Spaß. Und das liegt vor allem daran, dass der Roboter sehr kopflastig ist. Und sobald man wirklich mal mit dem ein wenig Steigung befahren muss, fällt er nach vorn um. Das sehen wir zum Beispiel hier. Wenn wir den Berg nach oben fahren, dann funktioniert das noch super. Wenn wir jetzt aber wenden und den Berg nach unten fahren wollen, fällt er sofort nach vorn um. Das stört im Spiel sehr, denn das sind wirklich kleine Sachen. Das kann schon die Teppichkante sein, wo er dann umfällt. Und das schränkt natürlich die Spielmöglichkeiten sehr ein. Ich habe das Set wirklich länger ausprobiert, habe auch ein paar in Anführungsstrichen extremere Sachen damit gemacht. Die hat es alles überstanden. Also wenn ihr das noch als Punkt sehen wollt, dann ist das zumindest relativ robust. Aber das Rumfahren ist eben die einzige wirkliche Funktion von dem Set. Denn die Arme kann man nur händisch bewegen. Sehe ich jetzt nicht als Riesenfunktion. Und wir haben hier oben noch die Leuchten. Die sind aber nicht gerade die hellsten. Es ist in Ordnung, aber da geht auf jeden Fall mehr. Wenn man einfach so mit dem Kleinen rumfahren will, dann funktioniert das. Aber mehr eben nicht. Und man braucht wirklich einen glatten Untergrund dafür. Ich habe ihn aber jetzt nicht nochmal angemacht, um euch die Fernbedienung zu zeigen. Denn angeblich soll ja dieser Roboter programmierbar sein. Und das Ganze soll über diese App laufen. Aber ein grundlegendes Problem gibt es. Ich habe es wirklich öfter versucht. Ich schaffe es nicht, die App mit diesem Gefährt hier zu verbinden. Rein theoretisch sollte man hier über Remote steuern können. Dass man eben direkt das Fahrzeug steuert. Dann gibt es eine Steuerung über Bewegungssensoren. Eine, in der man zeichnet, wo er fahren soll. Und eine Sprachsteuerung. Das ist auch alles schön und gut. Aber wie gesagt, ich kann es nicht verbinden. Ich habe es mit diesem Handy hier versucht. Und ich habe es auch mit dem Handy versucht, was gerade hier aufnimmt. Und es hat beides nicht funktioniert. Egal, wie ich es versucht habe. Das Ganze klappt nicht. Ein weiteres Kriterium, was ich nicht so gut finde, ist, dass die App nicht im App Store oder Play Store ist, sondern man sie sich auch frei aus dem Internet downloaden muss. Das ist immer ein bisschen sicherheitsbedenklich. Und dann gibt es noch das Programmieren. Und das Programmieren zu nennen ist schon etwas übertrieben. Denn man kann hier einfach nur mit verschiedenen Bausteinen, die vorgefertigt sind, einen Weg zusammenbauen, den er dann nacheinander abfährt. Heißt, hier dreht er sich, dann fährt er mal nach links, dann macht er eine kurze Pause und so weiter und so fort. Das ist eigentlich kein Programmieren. Das ist im Endeffekt das Vorzeichnen nur mit solchen vorgefertigten Bausteinen. Und dann fährt er das wie gesagt ab. Also ich finde, selbst wenn die App funktionieren würde, wäre das jetzt kein Highlight, was ich unbedingt brauchen würde. Und damit bleibt mir als Fazit leider auch nichts anderes übrig, außer zu sagen, dass dieses Set wirklich keine Kaufempfehlung ist. Der Bau war super langweilig. Die App funktioniert zumindest bei mir nicht. Aber selbst wenn sie funktionieren würde, würde sie mich glaube ich nicht super überzeugen. Weil jetzt dieses Programmieren in Anführungsstrichen auch nicht viel cooler ist als die Fernbedienung. Und dann funktioniert er selbst im normalen Spiel mit der Fernbedienung nicht so wirklich, weil er so kopflastig ist und so schnell umfällt. Da gibt es wirklich viel bessere kettenbetriebene Fahrzeuge. Ich habe ja auch schon eine hier vorgestellt. Und das macht richtig viel Spaß im Spiel. Das hier ist leider als programmierbarer Roboter ein Flop gewesen. Eventuell sind da andere Hersteller besser und haben nochmal mehr Funktionen bei so einem Roboter. Aber diesen hier von Moldking kann ich nicht empfehlen. Hier lohnt sich selbst der geringe Preis leider nicht. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Ich wünsche euch noch einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch einen Daumen nach oben.